so der hammer typ und beten die den an ja nicht wirklich nicht wirklich aber nehmen wir alle mit acht auch hier ja nicht so gut hier leute abzufackeln hat sie selber schuld die sagen heute flammen wappen die cool aus aber kein kein keine schild bis jetzt also man könnte ja spielen und so bestimmt auch cool aber ich weiß nicht mehr gefällt er dieses ausweichen und draufhauen voll auf angriff so wie beim ausweichen anstatt zu blocken so weiß ich nicht ich glaube hätte ich ein schild würde ich trotzdem im ausweichen aber gut denn das seine so hier sind wir durch haben wir jetzt alles ja das heilige haben wir mitgenommen noch hier geht es halt wieder runter aber müssen wir jetzt nicht haben oder sind sie durch die treppe gekommen durch die leiter da meine ich viel viel aufgemacht wieder sind sie dadurch gekommen ich weiß es nicht mehr oder ist neu oder sind sie von dahinten gekommen das ja alles neu jetzt ja gut da konnten immer weiter hier oben immer keine ahnung ob das jetzt sollte er weiter zum schloss kann man ja auch machen weil hier haben wir jetzt alles mitgeholt ja die raten hier müssen nicht sein genau bei der waren wir wagenblatt auch mitgenommen ja gut weiter geht's na ja ja das ist hier oben denkst du machen wir alles mit geholt was sie mitnehmen kommt okay weiter geht's das heißt jetzt können wir über die mauer und dann weiter als sei denn hier unter der mauer ist auch irgendwas aber nicht so aus dass hier irgend so ein durchgang ist oder so vielleicht doch zu gefährlich oder schön schönes schloss ja man ja man geil neues gebiet gefällt mir sieht cool aus so und dann lass mal gucken was hier gibt hier können wir schon mal vorbei reiten ja paar wände wieder umgefallene wände welche dungeons nena hier nicht aber der oder ist das goldene oder ist das goldene goldene saate ja da ist neue flakon dazu goldene saate geil so oft gibt es ja auch nicht ne dann sehen wir oft wie die finden da leuchtet auch noch irgendwas dann reiten wir direkt zu dem schloss oder ja ich denke schon heilige scheiße was ist denn da passiert habe ich mich komplett eingeschissen man erschreckt mich doch nicht so so jetzt ein bonfire wäre geil man komm mal wieder aus holt crazy ok hier gibt es bestimmt bonfire oder ich würde gerne hier in bonfire mitnehmen und dann was war es als ob man aber kein scheiß also der hat mich von da getroffen niemals man wer trifft mich noch einmal von soweit entfernung so ich will jetzt ein bonfire hier oder wir müssen mit dem anlegen oder an ihm vorbeireiten oder weiß ich nicht was ist cool manchmal zehn bonfire am ein stück jetzt auf einmal hier so wo wichtig ist nix was was ist das denn hier ein bär ja gut der bär war ja gar nichts hat nicht mal was gedroppt ja gut das heißt hier ist nix oder wir reiten zur sicherheit mal vorbei und gucken mal ob hier was ist hier irgendwie hüllen mäßig ok perfekt nehmen wir mit oh der hat sogar was geschwere knochen hier geht es bestimmt irgendwas ne oder nein ok auch gut muss jetzt nicht an jeder ecke dungeon sein aber ja so aber ein bonfire hier wäre nicht schlecht was ist mit dir los haha hat er mich noch erwischt ok ok sehr gut den haben wir mitgenommen und hier schmiedstein jaaa wir können unsere waffe auflemmeln oha das heißt hier erwischt ihr uns ne scheiße muss nicht aufpassen hier wischt ihr uns haha so ein sniper so ein sniper hier aber das hier kein oh der lädt nach der lädt nach schnell weg hier so hier hier wäre ne möglichkeit die zu vernichten aber ja oh große krabbe hier ist die krabbe große krabbe ich denke mal hier am wasser könnte oh quallen wie sieht es aus hier ist das gegnerische quallen ja aua was machen wir denn scheiße kann er hier rüberschießen schafft er nicht schafft er nicht schafft er nicht gut 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 Boah, da ist die noch Treffen hier. Was machen wir denn da? Okay, beide ausgeschaltet und der auch. Ja, perfekt. Dunkelschmiedestein und. Sollten wir an der Seite vorbei reiten? So, der hat abgefeuert, jetzt lädt der wieder nach, ne? Er lädt wieder nach, wir haben uns hier versteckt. Perfekt, die schickt uns nix. So, weiter geht's. Oh, die Schildkröte. Aua. Das schaffe ich hier gar nicht. So, ich darf vielleicht auch nicht so hoch springen. Auf einmal schießt er mich in der Luft ab. So, hier ist erstmal nix. Und hier kommen wir auch nicht rein, ne? Aber irgendwo muss doch ein Eingang sein. Vielleicht auf der anderen Seite oder so. Okay, oder? Was sagt die hier? Sicherheit. Achso. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Wir sind hier in Sicherheit. So, der lädt jetzt nach, ne? Oh, da steckt der Pfeil. Wir sind hier auch in Sicherheit, oder? Ja. Und jetzt können wir angreifen, oder was? Was? Das war's? Okay. Okay. Großpfeil. Mitnehmen. Annehmen. Mitnehmen. Ja gut. Entweder sind wir jetzt zu überlevel für das Gebiet, oder? Der war einfach nur, ja. Der musste so sein. So. Oh. Perfekt. Ja. Verläuter Gnade entdeckt. Rein hier. Rein hier. Aber hier ist nix. Besonderes. Wie es aussieht. Zeit wieder. Abrollen. Ja, ja. So. So. Da sind schon ein paar down. Ab nach oben mit mir, oder was? Ist das jetzt das Schloss, was mir gegeben hat zum, äh, auskunden? Und hier den Vater abgeben? Oha. Wir sind einfach nur nach oben fertig. So. So. Gegner sind anwesend. Schloss, äh, Mone. Aha. Wie viele. Wie viele. Wie viele auf einmal auch. Schon so viele, ne? Ja, okay. Können wir hier hoch vielleicht erstmal. Gucken, was hier so ist. Ah, Hundelball. Ah, wie ich die Hunde hasse. Die sind die absolut nervig, ne? Ah, voll drauf. Waffe. Oh, Schmiedestein. Ja. Ich muss normalerweise ab jetzt und meine Waffe leveln. Ne? Wär das cool, oder? Wär das... Wie viel Schaden haben wir gemacht? Das wär schon cool jetzt, ne? Ja gut, komm. Wir machen das hier. Noch machen wir ja genug Schaden hier. Wir machen stabilen Schaden. Das heißt, ist okay. Okay. Fuck. Ah, diese eine. Biss. Alter, musste nicht sein. Fuck, ich wusste es. Boah, die Hunde ist, ey. Einfach nur nervig, ne? Verdammt. Verdammt. Die Seelen holen und die Waffe aufleveln sollen, ey. Das Problem ist, passt doch einmal nicht auf. Der Hund hat sich zerbissen und dann... Sonst ist unten nix. Und dann auf einmal hat man noch verkackt und dann ganze Seelen verloren. Naja. Warte, nach der Katze habe ich die Seelen schon mal ausgegeben? Ne, ne? Wir haben richtig... Habe ich die Seelen ausgegeben nach der Katze? Ne, ne? Das heißt, wir müssen richtig Seelen haben, oder? Ich hab gar nicht aufgepasst. Verdammt. So, ich muss gucken dann, ob ich... Dass ich meine Seelen wieder kriege. Wie viele sind das denn hier? Oh, 7000 Seelen, ja, ja. Diese Kack-Hunde, ne? Unnormal. Nerv mich brutal. Ich glaube, ich gehe rüber, äh, Dings. Nicht einmal... Oh, was das denn hier? Teufels-Karlo. Kirche, einmal, ähm... Meine Waffe upgraden. Meine Waffe upgraden und vielleicht noch ein Level Up, wenn die übrig ist, ne? Vielleicht noch ein Level Up. Waffe verstärken? Ja. Genau. Unseren... Doppelklinge. Ja, oh, die ist doch plus eins. Ist das die Doppelklinge? Nicht, dass ich jetzt scheiße baue und irgendwas anderes auflevel. Doch, da ist die Doppelklinge. Auf zwei? Ja, Mann. Auf zwei ist doch schon mal rei. 5,20 Schaden. Skaliert, ja. Geschicklichkeit. Perfekt. Weißt du, wo wir nicht waren? Hier in unserem... Ort der Gnade. Stimmt. Haben wir da nicht Missionen oder sowas? Hä? Ganz vergessen. Nee, warte, nicht das. Wo war unser... Ort der Gnade? Warte. Nee, das ist... Ah. Warte. Verlassen. Ja, perfekt. Warte. 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 Warte mal diese... Kriegsasche. Oh, hier. Ach, hier ist das. Was? Da können wir das... Ach so, hier. Wir haben keine Kriegsasche, ne? Sturmangriff. Kennen wir das magisch? Schimmer. Ist hier nix angezeichnet, ne? Sturmstampfer. Sturmangriff. Wertig. Soldat schwer. Standard. Doppelt. Was heißt das denn? Standard. Kriegsasche. Was war nicht ändere? Kann ich ändern? Ah, ich kann ändern. Ja, okay. Truhe. Sortieren. Stufen... Zeitraise. Stufenaufstieg. Hm. Weil wir weiß... Ach so, kann ich gar nicht. Hä? Ach stimmt. Sind wir... Weil wir gestorben sind? Ne. Warte, warum habe ich keine... Hä? Boah. Das war auch nice. Das war nice. Gefällt mir mir. Wo ist unser Stock? Kann ich den Stock jetzt verwenden? Weil ich seit 16 brauchen wir. Ah ja. Perfekt. Einfach optimal. Okay, ja gut. Ah, hören wir. Ja gut. Also da sind halt meine Seelen weg. Äh, so. Dann sind wir mal ab in den Turm wieder, ne? Jetzt mit dieser Attacke, dass wir drauf haben. Okay. Schauen wir mal, wie oft wir die nutzen. Sonst tauschen wir die mit der anderen, ne? Aber dieser Heep war schon cool. Ich glaube, der dauert nur zu lange, ne? Der holt ja so aus. Dann haut der drauf. Ich glaube, eine Rüstung wäre auch nicht schlecht, schon andere. Keine Ahnung, was das für eine Rüstung ist, was wir haben hier. Ob die so geil ist oder nicht? Ich denke mal nicht so geil, aber... So, da waren wir ja schon, ne? Da sind die Wölfe. Boah, gar keinen Bock auf Wölfe. Dann lieber die hier mit den Schwertern. Ja. Okay. Doch nicht. Doch nicht lieber die. Was sind das denn für Vögel? Im wahrsten Sinne Vögel, alter. Was? Okay, okay, okay. Wo ist der Anteil, da? Aua. Aua. Komplett Aua. Ja, gut. Ja, gut, 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 gut. Hatte ich mir schon gedacht, dass das ein bisschen schwierig wird. Ich glaube, ich muss den Aufzug schon direkt unterschicken, weil sie zu. So, die Waffe, warte mal, kann ich? Hier konnte ich nochmal ändern, ne? Dieser Sturmangriff ist ein bisschen langsam. Ein bisschen Kriegsasche, ja. Ein bisschen langsam. Was ist mit dem? Magisch. Lass mal gucken, was das. Ach, okay. Okay. Das heißt, wir hauen die Magie raus. Und hier? Gravitation. Hm. Das Problem ist, will ich das? Will ich die Gegner anziehen zu mir? Ich will die eigentlich nicht zu mir anziehen. Eisener Sturmstampfer. Ah, ich glaube. Ich glaube, wir lassen es noch. Wir haben noch keine gute Asche, die wir benutzen können. Ich glaube, weg damit. Weil diese, was ich jetzt habe, diese Umdrehung ist schon nice. Die kann man lassen. Zack. So, der Aufzug kann wieder nach unten gefahren werden. Ja, gut. Ich weiß jetzt nicht, was. Die Wölfe doch besser als die hier. Oh, wow. Und der nächste. Was alle auf einmal, ey. Oh, der andere ist jetzt hinter mir. Ja. Wie die auspacken die ja, ne? Die packen ja komplett aus. Was ist das für zu? Guck mal hier. Die Gesichter sind ja richtig... Ah, mein Junge, weg mir hier. Hoch. Aha, der richtige Beise, ne? Richtige Beise. Ja, das ist gut. Oh. Boah, wie, 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 wie lang denn? Ja, wie, wie, wie lang willst du denn ausholen, Mann? Okay, der hat ein großes Schwert. Kann man lange ausholen. Okay. Die haben auf jeden Fall jemanden aufgehängt hier. Äh, ja. Da, der betet. Du bist alleine, Bro. Okay, doch nicht. Doch nicht alleine. Ich hätte... Verkackt, Mann. Aua. Aua, jetzt... Nein, nicht die Hunde, Mann. Oh, der Hund ist ja viel schlimmer als die Dinger. So, so, weg mir hier. Der... Der kann ja gar nichts im Vergleich zu dem Hund, Mann. Aua. Aua. Jetzt, sorry. Ich wollte dich nicht beleidigen. Ich weiß, du kannst was. Wohne ich hier. So. Verdammt. Ah, ja, endlich sauber hier. Äh, Feuerfett. Immer noch, ja, mitnehmen. So, was gibt's hier? Falle? Safe, ne Falle, Mann. So, ah, Griechen. Warum Griechen? Ist hier jemand? Ne Truhe. Ist das ne Falle? Safe. Okay, durchsuchen. Claymore. Claymore? Ne geile Claymore? Was ist denn ein Claymore? Deutsch. Mal gucken, was ne Claymore ist. Wie seid ihr denn aus? Siebel. Ah, hier. Claymore. Ja, also Standard. Standard. Standard, ey. Wie vorher. Wie der andere Schwert. Haut von links nach rechts drauf. Okay, hier ist nix. Ja. Freut ihr an Beta wieder hier? Sind schon ein paar, ne? Oh, was war das denn für ein Schrei? Hat ja richtig Schaden gemacht. Und tschüss. Ciao. Ah ja. Doch. Ne, der will nicht. Hätte auch ruhig mit runter gehen können. So, okay. Wir werden immer, gehen wieder immer tiefer rein. Schopfer kommt irgendwann beim Bonfire, weil, puh. Bis hierhin wird schwierig. Die bekämpfen sich auf jeden Fall. Das ist doch nice. Das ist gut. Ja, ja, genau. Das ist gut. Wir enthalten uns. Oder was machen wir? Wir enthalten uns erstmal. So, da hinten. Ja, perfekt. Wenn der beißt, ist der Immun? Das ist ja unfair. Seit wann das denn? Schein der Fackel. Okay. Was heißt das? Ist das ne Waffe oder ist das ne Fackel? Die hängen da oben. Ah, der hier. Ey, da ist ja unfair. Du bist hier noch ein Wiesen. Du kämpfst doch richtig mit. Ah, Soldatenarmbrust. Ja, perfekt. Okay. So, Abend, mein guter. Ey, Chris, was geht ab? Oh, oh, oh. Wir nehmen ja nix. Wie geht das? Ey, alles gut bei mir. Alles gut. Schön entspannt. Und hier ist, ähm, Elden Ring. Schöne. Mal Medizin. Am Suchten. Ne, weiß Bescheid. Macht übels Bock. Immer noch. Und bei dir. Ich hoffe auch alles gut. Hab endlich auch angefangen mit Horizon 2. Seit vorgestern. Ja, perfekt. Cool. Schön, hattest du doch geschrieben gestern, oder? Oder vorgestern war. Hast du schon angefangen? So. Ich hab jetzt Horizon ein bisschen gerockt, weil hier, äh, Elden Ring richtig, richtig bock macht. Aber so richtig. Zack, zack, zack. Oh, guck mal, wenn der springt. Direkt runtergefallen, ne? So, da geht's runter. Ähm, ich weiß nicht. Wäre geil jetzt so ein Bonfire. Bis unten Bonfire? Sieht nicht so aus, ne? Äh, und man spielt, äh, auf höchste Stufe und macht der Gegner sind, ja. Richtig mies. Oh. Auf schwer? Ja. Ich hab auf normal. Auf normal. Wenn jetzt, äh, letztens, ich war bei so einem Boss. Der war auch ziemlich anstrengend. Also, ist nicht so, dass ich gesagt hab, easy. War schon anstrengend. Boah. Was? Was fliegende Scheiße mit Schießen? Okay. Was mit dem jetzt? Ja. Zack, sehr gut. Die, äh, Schlange am Anfang. Ja, okay, auf schwer. Ja, ja, ich dachte, weil du, du hast ja schon gesagt, diese Schlange war voll schwer. Ja, aber als, ähm, dann dachte ich so, hey, geht ja voll. Also, die war okay, die war jetzt nicht extrem schwer. Aber jetzt, wo du sagst, dass du auf, ex, schwer spielst. Klar, das ist schon eine andere Sache, ne? Das ist schon eine andere Sache. Oh, der Gnade. Ja, Mann. Sehr geil. Stufenaufstieg? Noch nicht. Noch nicht. Zauber erlernen. Oh, ah, stimmt. Hier, das war der neue Zauber. Du hast. Die rasende Flamme. Geil. Letzte gelbe rasende Flamme aus eurem Augen gießen. Glauben 16. Glauben, euer Junge. Hey, hier ist, geht's voll an die, an Glauben, ne? Die kleinen Magie, ich glaube, ich muss vollen Glauben, wenn du es dir nicht magie. Hm, wo kommst du denn hier weiter? Ah, hier geht's weiter, okay. Ähm, hier war noch okay, weil sie ja geschwächt war, aber auf der Stufe, puh. Ja, man, glaube ich dir. Ja, gut, okay, viel Spaß, Mann. Auf schwer wird schon heftig. Oh, nein, äh. Ja, diese... Bin ich denn jetzt runtergefallen, Mann? Ich bin ja komplett falsch hier. Oder? Ja, 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 und macht noch Spaß. Ich chile ja sicher, wir sind jetzt voll MVP hier. Bis jetzt, äh, alle Bosse gelegt, die wir bekommen haben. Neue Waffe jetzt hier bekommen, die richtig Spaß macht hier. So richtig geile Wirbelwind, Alter. Ja, ich bin ja richtig am vernichten. Na komm, na komm. Aua. Da ist ja... Richtig schlecht dran. Nein, 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 nicht runterfallen. Eisenbeil, ist ein Schwert bekommen. Ein Stock. Ja, eigentlich hast du recht, ja. Eingelegte Schildkröte. Oh, nein. Hau ab, Alter. Nein, nein, der tötet mich. Der hat mich getötet. Ach, scheiße. Was? Ein Haufen Elend hat mich getötet. Scheiße. Nein, schiller, läuft gut. Voll geil. Ey, ich bin bestimmt hier seit... äh, schon eine Stunde nicht gestorben. Chiller kommt rein, ich sterbe wegen so einer Scheiße hier. Ich überlege vielleicht zu holen. Ey, mach, äh, macht übel Bock. Also, wenn du wenigstens ein bisschen Spaß hast an so einem schweren Spiel, ist das richtig geil, Mann. So, komm her. Also, die Kämpfe machen Bock und wenigstens. Du kannst ja... Wenn... Helft mir, ich bin allerdings... Ob ich mir schon... Wenn ich... Schössliche Haltblut fressen, bin ich immer gleich nicht. Ja, komm, ich will nicht, dass mich ein Teil aufrisst. Äh, und an sich, ja, wenn das zu... Äh... Auf die schweren Gegner hat oder so, ne, kann man halt immer noch... Oh, hier kann ich runter, oder? Kann man halt entweder Freunde beschweren oder hier so Hilfe holen. Hab noch Cyberpunk, äh, rumliegen. Ja. Ja. Ich hab Update auch installiert. Aua. Aua, wie viel hat der abgezogen? Aua. Heilige Scheiße, Aua. Zack, in den Arsch gerammt, da mein Stock, Mann. Ja, Mann. Äh, weniger rumspringen. Ja, ich weiß, aber ich hab bald die ganze Zeit gedacht, dass der... Äh, dass der gerade ausholt. Dass der zuschlägt, nicht ausholt. Beim Ausholen, da mach ich nix. Hallo. So. Ja, ja, kauft ihr das? Spiel mal selber, Mann. Ja, ja, man denkt immer so, ah, easygoing. Doppelklingen. Talisman. Das wäre voll gut, wo ich vorher gespielt hab, ne? Doppel, verbessere deinen Finalangriff von Angriffsketten. Oh. Oh. Oh, ja, 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 ja. Ja, machen wir, ne, will ich machen. Ich mach easy Platin. Klar. Will ich sehen. Will ich, will ich bei dir sehen. Ist okay. Hier, wie heißt es? Angenommen. Nein, Aufgabe. Nein, nicht. Äh, Herausforderung. Abgemacht. Viel Spaß. Kein Wachteil für mich. Ja, hier geht's entlang, glaube ich. Verdammt, ich wollte in die Burg reingehen. Ich entferne mich immer weiter von der Burg. Irgendwas mache ich falsch. Ich wollte in die Burg. Aber ich hab noch nicht wirklich was in der Burg erlebt und ich bin schon aus der Burg rausgegangen. Na gut. Ah, mitnehmen. Ja, ist das goldene Saat? Nein. Schade. Aber irgendwas. Angst, Potter. Ja, Mann. Angst, Potter. So. Da hinten geht's auch. Oh, Junge. Gleich kommt bestimmt fetter Boss. Uff. Ja, so einen fetten Boss hatte ich schon länger. Nicht mehr. Ich hatte bis jetzt diese komischen. Ah, okay, das heißt hier. Puh, krieg ich hier gelandet? Krieg ich hier gelandet? Zack. Äh, Schmidstein. Ja, Waffe aufleveln. Geil. So. Zack. Ja. Oh, das sind viele Gegner, oder? Scheiße. Was heißt der? Fernkampfversuchen. Meinst du? Gut gemacht. Nee, kein Fernkampf, oder? Wir sind keine Pussy. Ja. Da, heilige Scheiße. Wir sind eine Pussy. Nein, nein, nein. Ich muss das scheiße. Kacke. Der Tipp war gut. Fernkampfversuchen. Ah, ja. Bin ich mal eingekillt. Was? Was? Das war alles eine Einbildung. Ah, ich vergesse immer hier. Ich muss mal einmal rüberspringen. Ah ja, egal. Nächstes Mal. Egal, die haben Schiss. Ich war eh, eh, gechillt. Also, die sind geschillt, auf jeden Fall. So. Dann lass mal gucken, was hier ist. Ist das? Oh, das goldene Ding ist immer da. Wow. Nice. Das ist das, wie das, spawnt? Ah, das bringt mir gar nichts, ja? Oh, knapp hoch. Oh, fast daneben gesprungen. Oh. So, jetzt aber. Ja, was heißt jetzt aber? Ich kann immer... Das heißt schon, Fan-Kampf wäre schon besser, ne? Wie wäre es mit meinem Magiestock? So, wie wäre es mit meinem... Wo ist mein Magiestock überhaupt? Ich hab's dann gar nicht mehr eingesetzt, ne? Wo ist mein Magiestock? Magiestock? Ja, hier. Nein, nein, ich bin ein Idiot. Nein. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon mal. Ja. Hä, war doch voll easy. Was hab ich für Scheiße gemacht? Uh. Ich wollte eigentlich zaubern. Peitsche. Uff. Oh, wer bist du denn? Ah, okay. Uh, das war ja... Peitsche. Geil. Können wir auspeitschen, oder? Peitsche. Okay. Ich will sehen. Haha. Okay. Jetzt bist du... Jetzt bin ich wirklich ein Dominar. Kommt her. Komm her. Ich peitsche euch alle jetzt aus. Ich bin gespannt. Oh, ja, 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 ja. Ja, Bonfire, ja. Sehr gut. Zack. Mitgenommen. So, ich will jetzt Peitsche probieren. Wie viel haben wir? Wie viel haben wir? Wie viel haben wir? 268. Da reicht nicht mal für ein Level-Up oder so. So. Hm. Das Peitsche gegen Quallen gut. Oh, da ist ein Boss. Alles klar. So, lass mal gucken, ja. Oh, ja, ja. Gar nicht gut, Peitsche. Aua. Okay, Peitsche war eine scheiße Idee. Die Dominar ist kacke. Tritt. Ach. Meine Fähigkeit war Tritt. Ich dachte, ich mache, ich dachte, die Peitsche hat Special Move. Aber die hat die hier. Ah. Weißt du, weil meine Sensor hat einen anderen Special Move. Guck mal, ich könnte peitschen und schneiden. Könnte ich auch machen. Ne, scheiß drauf. Weg mit dem Ding. So. Holen wir unseren Seelen zurück, Mann. Okay, war ne, nicht viel. 2400, aber gut. Besser als nix, ne? So, wie sieht's aus? Oha, Mann. Was? Wie weit? Oh, damit schießen, Alter. Ich hasse das. Ich muss erst mal den Vogelmann vernichten. Der Vogelmann nervt unnormal. Mit seinem Messerchen schmeißt er da. Oder Vogel. Keine Ahnung. Was auch immer Vogel. So. Theoretisch muss ich gar nicht da hin, aber egal. Ich will die jetzt. Oder? Bestimmt gibt's da irgendwas. So. So geht das. Was habe ich? Wurfdolche. Ich wollte da reinrammen. Aua. Oh. Wie lange denn noch abwarten? Da sagt er was? Ne, 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 ne. Komm, Jungs. Easy going. Zack, zack. Jetzt geht's ab. Hier. Ich zeig mal, wie das geht jetzt. Ah, den Typ auf jeden Fall. Holen wir als erstes, ne? War gut. Zack, das war schon richtig. So. Und jetzt machen wir dich auf jeden Fall von hinten. Hey, warum? Warum nicht ein Reinrammen? Ich wollte den Stock reinrahmen. Ah, schade. Komm. Hä? Warum krieg ich dich rein gerammt? Komisch. Normal ist ja von hinten. Kann ich das so rein? Ja, endlich. Hä? Hat das jetzt zweimal nicht geklappt? Okay. Jetzt aber. Hm. Hm. Wie schön. Meine Nase juckt. So. Quallen. Ich hab jetzt keine Ahnung, was die Quallen jetzt machen. Sind Quallen OP? Qualle, komm her. Testzwecke. Rote Qualle. Ich sag's selber mal weiter. Bei bei. Erhau rein, man. Viel Spaß. Mach nicht zu schwer. So, hier geht's auch weiter. Alles klar. Äh, hier. Oh, ja, ja. Dunkelstein, ja. Alles mitnehmen. So, die da hinten. Ja, muss nicht sein, ne? Ich weiß jetzt nicht. Sind die alle? Okay, was machen die jetzt? Auf rot. Ah, die spucken. Die spucken rot hier. Okay. Gut, die anderen spucken die auch rüber? Nee. Machen die nicht. Ach, hier kann ich schon rüber gehen, oder was? Oh nein, hier ist der Boss und so, ne? Gibt's hier keine Bonfire? Kann ich nicht abkürzen nachher? Doch, ich kann von oben runter springen, oder? Geh ich direkt rein? Was? Wie viele Seelen habe ich? Ach, zwei, neun ist nix. Oh, der Dude. Was kann der? Aua. Aua. Aua, aua. Oh. Ich wollte eigentlich schon healen. Hm. Boah, der rammt aber rein. Der rammt aber rein. Oh, wie viel denn noch? Ah, oh, was? Roundhouse? Drehung? Ah, jajajajaja. Der ist ein bisschen absteigend aus. Ja, ja, schon schnell. Ja. Man kann den ein bisschen backsteppen, ne? Ich will den hinten wieder reinrahmen, meine zwei. Verdammt. Ja, der sieht schon ein bisschen eklig aus. Ah, hier kann ich nicht. Okay, kann ich runterfallen? Hier, ja, ne? Bestimmt. Ja, so, das meinte ich. Einfach abkürzen, geht doch voll. Jaja, genau. Das ist okay. Ey, nicht anspucken. So, let's go. Ich hoffe, meine Seelen kann ich vergessen. Scheiß auf die Seelen, Mann. Ich muss den konzentrieren. Und dann backsteppen. Ah, geht nicht. Warum? Da hätte ich schon... Hä? Wegen deinen Schwanz? Geht das gar nicht? Das ist ja scheiße. Das backsteppen geht nicht wegen deinem Schwanz, Mann. Aua. Okay, scheiß los. Scheiß auf meine Seelen, ja, Mann. Wie paar tausend. Aber okay, 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 okay. Ich hab... Kannst du den Schwanz abhacken? Klingt komisch. Wäre aber cool. Wäre cool, wenn das klappen würde, so. Dann bestimmt safe hier. Kann ich einfach so runterspringen und dann ab geht's? Ja. Perfekt. Okay, klappt. Hm. Okay. Ja, 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 ja. Auswendig ein bisschen lernen, was er so drauf hat. Müsste gehen, oder? Müsste gehen, denke ich. Zwei. Boah, diese Drehungen. Boah, da macht er sehr viele Drehungen. Sehr viele Drehungen. Uff, 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 uff. Hm. Hm, da springt er auch rein. Oha, Mann. Hau ab, Alter. Da, bitte, ich sprüge, wie viel willst du denn noch springen? Drei. Drei. Drei, wie viel? Drei, vier. Schrei hinterher. Ei, 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 ei. Eins. Okay, der Zweite mit Verzögerung. Und der Dritte auch mit Verzögerung. Okay, okay, okay. Ja, gut. Die ersten Versuche, löwenartiges Scheusal. Ja, ja. Die ersten Versuche safe wieder hier reinkommen. Ja, aber doch ein, zwei Kompos geriecht zwischendurch rein, ne? Das heißt, diese Ausweichung muss schon mehr. Die Ausweichrollen muss schon mehr einsetzen. Ich muss nur gucken, wann. Ich glaube, die ersten waren ein paar verzögert, ne? Aha. Ein paar muss schon abwarten. Klar, Rolle, zu viel. Die erste, klar, auf jeden Fall. Zack. Zack. Ja, okay, hätte ich schlagen können, ne? Diese Drehung hier. Oh. Oh, diese. Hat er zweite Phase? Bestimmt. Oh, ich muss aufpassen, nicht. Ich weiche die ganze Zeit nach hinten aus, ne? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich muss nach vorne ausweichen. War doch schlechter. Was ist das für scheiß Dinger hier, was mich stören? Ah, die halten ihn auch auf. Eigentlich gar nicht so scheiße. Ja, wir cheaten ihn durch. Wir cheaten ihn, komm. Okay, wir cheaten ihn doch nicht. Wir cheaten ihn doch nicht. Ich glaube, der cheatet uns, Alter. Der cheatet uns. Am Arsch. Okay, okay. Wir kommen schon eher zu, ja, Hälfte. Ja, okay. Die cheaten war Blödsinn, Alter. Ausweichen draufhauen, viel, viel besser. Viel, viel besser. Auch angenehmer. Ausweichen draufhauen, so, ne? Nur, ich darf es nicht mehr als ein Kombo, ne? Bis jetzt, alles, was ich über eine Kombo gemacht habe, habe ich auf die Fresse bekommen, direkt. Dann hat er mir mehr abgezogen. Aber das ist so, das ist so verlockend. Am Anfang kann man das noch machen. Und daher, eher weniger, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob er eine zweite Faser hat oder nicht. Diese Drehung, ne? Die ist gefährlich. Ich hatte das Gefühl, ich bin gerollt. Ich hatte das Gefühl, ich bin gerollt. Ich hatte das Gefühl, ich hatte das Gefühl, es hat gut angefangen. Ich konnte auch zwei Kombos draus hauen, ne? Zwei, zwei Schläge. Gut, gut, gut. Ja, das war gut. Das war gut. Ich komme rein in seine Kombos. Einzige, was noch nervt, ist so ein bisschen, dass der manchmal, ähm, trifft. Obwohl ich, normal ist es fast, fast alle Schläge sind verzögert. Ich darf eigentlich nicht direkt, zu 90%, nicht sofort alles im Deutschen. Oh, diese Drehung. Scheiße. Nach dem Schrei, ne? Nach dem Schrei muss ich weg. Ich kann, ja, ja. Ich darf nur nach den Schlägen, nach den Schlägen zuhauen. Ich habe jetzt zugeschlagen nach dem Schrei. Das ist auch direkt tot. Ist mein Tod. Ist direkt mein Tod. Wir haben auch noch nicht die Wölfe beschworen, ne? Aber ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Letztes Mal mit Wölfe beschworen, dann rastet er aus. Ich kriege selber Damage. Können wir, können wir versuchen? Ich, ich mache jetzt noch ein paar Versuche, so. Wenn das nicht klappt, können wir, kann ich ein paar Wölfe versuchen, zu beschwören. Ja, nach dem Schrei macht der, macht der andere Kombos, ja, ja. Ey, dieser, puh, dieser Stoß, ne? War das One-Hit? Das war doch kein One-Hit, oder? War das ein One-Hit? Ich hatte ein bisschen Leben, aber, boah. Sonst muss ich, ähm, ein bisschen Leveln und mir ein bisschen Leben anschaffen an sich, ne? Ich weiß nicht, soll ich noch mehr in ein Leben reingehen? Eigentlich schon, ne? Ey, Matrix, was geht ab? Man kommt ja perfekt hier zur Bosszeit. Jetzt wird hier jemand auseinandergenommen. Und das werde wahrscheinlich ich sein. Boah. Dieser, der dritte Move war so schnell, was? Wie schnell war der dritte Move? Ich konnte, ich konnte nicht mal zweimal, zweimal rollen. Das war ja, hä? Das ist schon fast unfair, Mann. Das ist schon fast unfair. Wie sieht's aus mit anderer Rüstung? Bringt das was? Ne, wird gar nichts. Was soll er da bringen? Und Alessandra habe ich auch nicht. Das geht wirklich nur, wenn, dann musst du Leveln, hm? Ja. Na, egal. Oder wir versuchen es weiter, ne? Mach ich genug Damage überhaupt? Ja, ne? Ich könnte schon meine Waffen, ich muss gucken, ob ich meine Waffen nochmal aufleveln könnte. Jetzt Stufe 2 oder was ich hab. Den hab ich kaum gesehen, Mann, und hab nix gemacht. Ja, ich war zu weit, um zu ihm rüber zu kommen. Okay. Boah, was? Wie viel? Hahaha. Jetzt sag ich mal, Leben, egal, wir üben ein bisschen. Weil. Ey, dieses. Jetzt kommen die zwei Moves, ja. Ey, ich muss dann in die andere Richtung, oder? Bringt das ja nicht zu links oder rechts Rolle bei diesem Beyblade, was der macht? Ach, kacke. Ihr seid gestorben. Ja, sind wir, Mann. Hm. Fuck. Ja, ja, okay, 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 okay. So. Ja, doch. Ja, aber Hälfte. Moin Ey, Fass. Was geht ab? aber die hälfte haben wir hatten wir schon mal da und der keine zweite phase hast dann schaffen wir normalerweise auch den rest nur konzentration boah der schlitz ne wie viel wo verdammt meine katze hat mich erschreckt wo sie drücken nicht die knappe ich kippe die gleiche Ah, was? Uti, warum stehst du denn auf mir? Ja komm, hock dich hin. Ja, geh rüber.